Die zweite Stunde bricht an und wie gewohnt halte ich da meine Klappe und rede gar nicht so viel. Ich muss ja sowieso ein bisschen weniger reden, Dienstag war ja doch schon ganz schön viel im Vergleich zu den anderen Sendungen. Aber hier nochmal der kleine Hinweis, jetzt kommt Remotion, 60 Minuten lang aus Portugal ein Duo, gibt es seit 2010, haben noch das Label Sync Elevate am Start, wo ihr verdammt viele Podcasts hören könnt und solltet auch vor allem. Also wenn ihr demnächst eine längere Fahrt vor euch habt, schaut mal auf Soundcloud vorbei, Sync Elevate oder auf meiner Facebook-Seite Pascal M, da habe ich den Podcast auch nochmal geteilt. Da gibt es wirklich viele, viele Podcasts, also da werdet ihr gefühlt unendlich lange versorgt. Aber hier könnt ihr euch jetzt erstmal von den Jungs selbst überzeugen. Jetzt kann ich schon gar kein Deutsch mehr. Überzeugen! Remotion hier bei Push auf Bremen Next. Ich bin Pascal M. Bremen Next. Push. Ich bin Pascal M. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d S-A-N Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020